Was ist die Taste? Ich kann einstecken und dann geht es weiter. Nur ein Opfer ist drin. Ich will jetzt bestimmt rum. Ich fahre jetzt langsam. Ich fahre jetzt nur 20. Ich fahre jetzt nicht so. Ich fahre jetzt beim Fahrt fast zu schnell. Ich mache es mal ein bisschen realistischer. Ich lasse die Schalme auch mal weg. 170 heftige Reuben. Genau, also öfter mal nicht, dass die Topf auch mal weggehen. Bisschen Kaka aus dem Topf gut bleiben. Finde ich. Finde ich. Weil das klappt bei mir überhaupt nicht. Wenn die Auto sofort weiß. Das geht auf den Nerven. Finde ich. Ein Opfer. Das wird sich. Ich sage jetzt nicht. Aaaaaaah. Wenigstens einer der nicht unsichtbar wird. Wer weiß vielleicht was auch vor dem Hexen wäre. Eine Mankere. Die sich verschwinden lassen kann. Unsichtbar wäre. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Ich sage es nicht so schlimm. Und da ist meine Lieblingskreuzung, wie ich sie mag, und der Dicke ist auch wieder da, und mal wie das eine verschwunden, irgendwie kann es sein, dass die Frauen verschwunden, hallo, ja hallo, also die Frauen wollen mich anscheinend nicht sehen, also wollen nicht, dass ich sie sehe, aber die Männer, naja, achte blöd sein, Freunde und Helfer, manchmal, also wenn man heutzutage im Fernsehen sieht, dass die Polizei auch schon ist, verdroschend alles, da kriegst der, also wirklich, naja, Eine Minute Verspätung, da kriegen wir Lock raus Nein! Falschtaste! Das wäre jetzt blöd gewesen Jobe 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 So, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, und zwar, wenn wir jetzt Space Montag bis Sonnastag zwischen 27 und 21 Uhr erscheinen, weil ich nebenbei Praktikum habe, und ich muss noch amts Arbeiten, deswegen, ach, eine Lady ist mal in Sicht, das war so was nicht einfach. Es ist ja noch ein Pils-Pils-Pils-Pils-Pils-Pils-Pils-Pils. Boah, das sind wir bei der Sonntagsfahrer hier. Blöd, dass das mit uns hier nicht, dass man einstellen kann, aus welcher Region, also aus Dresdenbund, ne. Für das man nicht eingehen kann, wo genau meine Herkunft ist, vielleicht in Sachsen-Anhalt oder so. Ich habe hier, glaube ich, standardmäßig, das ist hier in Berlin. Und die haben ja schon Sommerferien und in Sachsen-Anhalt haben wir da noch keine und das stimmt auch noch nicht ein, für das man sich ändern kann. Aber, naja, stört mich halt nicht. Ach, das Lächeln. Oh, das Lächeln. Aua. Sorry. Entschuldige, ich muss mal kurz was machen. Mikro. So. Ach, wir sind pünktlich. So. Ja. Alle. Ich würde jetzt mal, zwei, drei Sekunden später zu reden, als es sein wird es ein bisschen eins, dann wird es ein bisschen, ja, aber besser, es ist… Was ich in der nächsten Früh sage und das um Scheiß, das will ja auch noch bleiben. Ah, Scheiße, na, schöne Aussicht, ah ja, schön schön, äh, so Sachsen-Anhalt ist meine, echt meine Lieblings-Map, ich habe sie immer drauf und um sie, also wobei ich mir um sie 9-8-7-1-0 mitrufe klatscht, ich habe mir sogar ein USB, also ich habe mir einen ganzen Tag, um sie gerne auch noch, gente. Ich bin alles zum unabhängig, die sind ein USB gespeichert mit Sachsen-Anhalt, damit ich mich extra den salieren muss. Mönchengladen und welche Scheiße objektiv sind dann habe ich das ist komisch mit uns umziehen weil ich muss am Anfang dauern und umsinneln weil ich irgendwelche Maps drauf Kleidung gibt es sowas mit Scheiße hier leckern zum Beispiel glaubt das ich komme nicht mehr drauf vom Umfeld von uns bekloppt im Map ja egal das ist das war überhaupt Rheinhausen gewesen alles alte alte Grafikkarte jetzt scheint Rheinhausen flüssiger zu werden durch die neue Grafikkarte aber ähm aber wenn ich aufnehmen kommen weiße Autos dies ist nicht gut ja er fackelt ein bisschen Dipp 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 Passiert so lange so lange es ist übelst alle ich hätte den Regen auch gleich ausschalten in der Haltleitstelle hier also die mit die 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 dann Vielen Dank.